In Omen e Patris et Fili et Spiritus Sancti, Amen, Vax, Hobis, Eretus, Ziric, Olo, Exzellenzen, hochwürdige Mitblüder, liebe Gäste vom In- und Ausland, liebe Gläubige, heute auf dem Tag genau vor 50 Jahren wurde ich hier in der Domkirche mit zwei anderen Weihkandidaten zu Priester geweiht. Oft, wenn ich auf diese Sterne blicke, denke ich daran, hier war ich gekniet in der Mitte als Bischof Augustin Bacha, der letzte Diözesanbischof, mir die weigenden Hände aufregte. Zuerst lief der Salvatarianer Pater Paulus, die war der Größe nach, dann ich, und dann auch der spätere Pfarrer von Orschewa, Johann Markowitz. Jubiläen sind Denkpausen. Man sollte darüber nachdenken, was man Gott alles verdammt. Je nachdem, welches Jubiläum man feiert. Ich habe heute daran zu denken, wie viel Gnaden mir der Herrgut im Leben gegeben hat. Ich will nachher am Ende der Messe bei den Gedenkworten diesen Gedanken weiterführen. Jetzt möchte ich nur sagen, Jubiläen sind Denkpausen und wir haben zu danken. Danken kommt von Denken. Und wer denkt, der dankt. Wer nicht dankt, der denkt nicht tief genug. Wenn man aber tief genug denkt, dann muss man Gott zunächst danken für alle Gnaden, die er einem im menschlichen Leben gegeben hat. Ich danke aber auch euch allen, die euch in dieser feierenden Stunde hier eingefunden haben, um mir zu helfen, Gott zu danken. Exzellenziasche Räume, für dich zu einem Papptastwehrein, jubits Ospes, jubits Greti Josh. Jubiläum, este un timp de bucurie și de mulțumire. La sfârșitul Misei vă spun câteva gânduri de ideea aceasta și mulțumesc pentru o glăciune pe care Papa Ioan Paolo II a ocupus-o, pentru că și el în 146, deci înainte de 50 de ani, la 1. noembrie acestui an, a fost sfințit preoției. Cu aceste cuvinte vreau să mulțumesc Domnului pentru darul preoției și mulțumesc toturor două care ați venit aici să vă ajutați în bucăciunea aceasta de mulțumit. Fratres, agnostamus, pecată noastra, ut actisimus at sacra misteria celebranta. Confitior, Deo, unipotentii et proclis gratis, dea pecanicis comunitățione, verbo, obere, proficione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ideo peicor de alta maniam semper virgine, omnes, antios de santos, et dos gratis, vorare por me, ati. und despris oricum de altă maniche nu te unuieuit, de altă manie humă, de altă manie, de altă manie, de altă manie, oricum care așa și amin. Amin. Amen. 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria. 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 1. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. 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 Amen.